Und weiter mit Sansara, das Schadborg in der Portal. Ich weiß gar nicht, wie viele Parts ich heute schon aufgenommen habe. Ich glaube, 10 oder so am Stück. Zeit geht einfach scheiße schnell rum, wenn man aufnimmt. Das ist echt merkwürdig. Bin ich hier erst richtig gelatscht? Immer noch auf Erkundungstour in den Bergen. Ich bin hier offensichtlich richtig. Boah, Amy fliegt mir nicht da runter. Hier geht's wieder runter? Na ja, gut. Irgendwo werde ich da schon hinkommen, München. Ach je. Ich will aber nicht gegen dich kämpfen. Du kannst mich mal. Ich kann gegen den nie fliehen, ey. Scheiße. Ja, lieb. Fuck you in the ass. Ist ja wohl nicht wahr. Ich kann hier dieses Vieh auch nicht abbauen. Hier geblieben, du kokosches Teil. Ich kann ihn nicht fangen, sonst hätte ich schon gekonnt. Ei. Ui, ei, ei, ei. Ui, ei, ei, ei. Blumela. Naja. Wieder eine Tote zu beklagen. Ja. Schmeiß es ja in Abgrund. Ich spring hinterher. Nicht. Ich bin doch nicht bescheuert. Ich hab hier zum Glück richtig viele Sachen gefunden bisher. Hätte ich gar nicht so viel kaufen müssen eigentlich. Hier geht's auch noch mal weiter. Ah, da gibt's eine Höhle oder so. Oder auch nicht. Da steht noch so ein Zwerg rum. Gut, dann... 1 Save. Genau, und kämpfen. Und warmer Kakao. Uh, Level 29. Ach du Scheiße, den schaff ich nicht. Boah, das ist ein Drecksviech. Was schaffe ich im Leben? Ich hab immer einen viel zu schwach. Geld. Scheiße. Das schaff ich im Leben nicht. Im Leben nicht. Im Leben nicht. Wie nicht effektiv. Krieg's gar nicht effektiv. Ach du Scheiße, der hat Munster gewechselt. Der Pinna. Das ist das Problem. Ich hab leider nur... Hm, sehr effektiv. Lass bloß das Munster draußen. Wo kann der schnell schießen? Wichser. Ach du Scheiße, der... Der Wassersparten. Na, Leute, ob ich das schaffe. Ich bezweifle es allerdings stark. Ich schaff dich noch. Oh, nö, der... Ich dachte, der ist kaputt. Boah, der zieht ab, der zieht ab, der zieht ab. Der macht mich fertig. Fertig. Den mach ich aber fertig da oben. Wie, der hat noch zwei. Ich hoffe, ich spinne. Ah, Drecksack. Da hab ich noch erwischt. Ich hab mich noch ausgetauscht schon. Oh Gott, wie knapp. Wie knapp war das denn bitte? Scheiß, die Wand, dann war das eng. Oh Gott, das war das knapp. Wo kommt dir jetzt alles, oder? Das hat es gelohnt. Definitiv. Nee. Du Penner, ey. Das ist mir aber gegeben. Das muss ich dir lassen. Das nicht heißt, dass ich jetzt unfähig bin. So, sie hat eine Stufe bekommen. Dornenrüstung. Nee, wer hat denn eine Stufe gekriegt? Sie, ne? Ich hab allerdings nichts mehr hier für sie. Oh, da. Hier leuchtet doch was. Hab ich doch gerade gesehen. Was soll mir die Steine jetzt bringen? Ich komm da doch ohne so einen Luftstein oder sowas gar nicht rauf. Soweit ich das weiß. Ich hab das Gefühl, ich bin schon viel zu weit gelaufen. Da komm ich nicht weiter, glaub ich. Da geht's auch nicht weiter. Wir wissen ja, dass da rechts noch ein Weg war, irgendwie. Der Turm der Zwerge. Okay, da bin ich schon weiter, als ich eigentlich wollte. Da steht schon die Eule, aber da wollte ich gar nicht hin. Mein Gott, der Kampf war echt bis jetzt der Ängste, den ich hatte. Aber hat grad noch so die Kurve gekriegt. Danke, Viteria. Hier kann man bestimmt auch die Muschel benutzen, oder? Nein, wundert mich eigentlich. Hier war ja noch ein Weg. Drei Taler, da hinter dem Baum ist auch noch was. Ich wollte sagen, bei den Bäumen habe ich ein bisschen Schiss, dass da was kommt, was mich stören könnte. Und das ist tatsächlich der Fall. Viteria kommt schon wieder. Und ich kann nicht mal fliegen. Du Bitch, du! Hör mal auf, da hinten! Wie jetzt? Will die mich verarschen? Ja, mach uns platt. Ich kann nirgends abhauen. Die zieht ab, wir geht nicht mehr. Während wir gar nichts abziehen, das ist so schön schweiß. Will die mich verarschen? Ich kann nicht mal fliehen. Weil die zieht schon mehr ab, hier. Ja, ich bin gleich kaputt. Also von daher. Darauf geschießen ist, ne? Ja. Ja. Ja, das war klar. Was ist das denn für eine Bitch? Ja, und? Gnade, der Gott, vielleicht den nochmal besiegen muss, da. Offensichtlich nicht, weil ich ihn nicht sehe. Aber ich sehe auch die Dinger hier nicht. Es hätte jetzt gerumpelt, wenn ich das nochmal hätte machen müssen, aber ehrlich. Scheiß Vieh. Leben wir jetzt alle wieder? Ja. So ein Kack, ehrlich. Hey, die Gespräche hätten mir die Kack an den Abkommen gekauft. Ich hab das Gefühl, ich bin auch schon viel zu weit hier. Jetzt würde die mich ja nicht angreifen hier. Und so ein Schlag sein. Ich will da hin, da ist ne Kurbel. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Ich will einfach nur abholen. Und ich kann nicht fliehen. Ich bin ganz so bitch wie die andere. Jetzt fliegt doch die Hohle Frucht. Ich drücke mal die falschen Knöpfe, ehrlich. Hab ich sie getroffen? Die könnte ich wesentlich erschaffen. Ja, Furze. So ein Scheiß, ehrlich. Boah, es nervt echt so gar nicht. Wieder zwei verloren, mit so einer Furze da. Ich seh nix. Jetzt hat sie mir da gelassen. Gar nix. Ne, jetzt muss das mal wieder geheilt werden. Ich hab mir doch gar nix sagen gelassen, jetzt mich feiern. Och, verpiss dich doch. Scheiße, ich mach schnell den Cut. Bis gleich, Leute.